Und jetzt haben wir wieder viele Wünsche zu erfüllen. Unser Service. Elke Schneider aus Oberhainsdorf, Frank-Uwe Schobart aus Bederfeld und Margit Bauske aus Rostock wünschen sich das Weltwestspiellied von Dean Reed. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dieses Freundschaftstuch hier, ein Festival-Souvenir, das haben junge Pioniere der 4. Klasse der 16. Oberschule Hoyerswerda in Spritztechnik hergestellt. Tja, und wer wissen will, wie man das macht, der schreibe an die 16. Oberschule Hoyerswerda, Wohnkomplex 8.